Schon seit langem wird gerätselt, ob Pietro mittlerweile wieder vergeben sein könnte oder ob er noch als Single unterwegs ist. Erst in dieser Woche startete Sarah einen Verkupplungsversuch zwischen einer ihrer FollowerInnen und Pietro. Doch womöglich ist das gar nicht nötig, denn Pietro und Jennifer Riilly scheinen sich bestens zu verstehen. Aus der Sympathie zueinander machen die beiden auf Instagram absolut kein Geheimnis. Ist Pietro einfach nur Fan oder steckt mehr dahinter? Jedenfalls gibt es kaum ein Bild, dem er nicht ein Like gegeben hat. Damit muss Pietro sich allerdings in eine Reihe anderer Promis stellen, denn auch Andrei Mangold übersieht kaum einen Post von Jennifer. Andrei und Jennifer lernten sich bei Kampf der Reality-Stars kennen. Auf Instagram verkündete Pietro gestern bereits, er habe seine »Dame« gefunden. Könnte es sich dabei am Ende tatsächlich um Jennifer Riilly handeln? Wir sind gespannt, ob der DSDS-Star sich in den kommenden Tagen näher zu der neuen Dame äußern wird oder die Fans noch ein wenig länger auf die Folter spannen will. Portfolio